ja mein lieben zu schau mal und hallo und herzlich willkommen zu meinem minecraft skyboarder mit dem ace julians an meiner seite natürlich wieder am start auch da habe ich jetzt kommt von meiner seite aus und leute wir hatten jetzt echt gerade ein paar blöde zufälle dinge hat die alle zusammengestoßen sind und es ist ehrlich gesagt jetzt gerade alles sehr blöd gewesen deswegen starten wir jetzt hier auch an der ganz anderen stelle als hier wahrscheinlich bei echt julians zu ende geschaut habe und das ist natürlich nicht so toll aber lebt damit deswegen deswegen machen wir jetzt einfach direkt weiter wie macht man denn diese rabbits diese aus der hausfutter wie gesagt ja hat er gleich mit den rezepten nachgucken ja ich gucke ich habe ja geschaut aber ich ist jeder nicht ehrlich gesagt wenn man die hausfutter her ich habe keine warte wie das hasen zu bringen die suppe ganze suchen der hase ist richtiger pvp künstler schaut euch das an das ist wieder eine typ in meiner folge survival games folge der ist auch so ausgewicht wo wo was ist denn da so relativ schwer die vertappten käfig zu bleiben kommen kommt bitte wieder rein okay du kriegst auch was zu essen komm rein ich mach dir die tür auf und du kannst du deinem kumpel rein ihr könnt sogar miteinander ein bisschen jetzt sprechen sie beide leute ist irgendwo ein zombie ich hab ein geräusch gehört hier kommt mit hause kommt kommt macht den jahr da oben weiter ich weiß es nicht ich habe langsam die hoffnung aufgeheben die aufgabe sind ein tolles luchster er darf nicht verkraftet sein oder nein okay ich gebe es jetzt mit dem hasen auf die nervt mich einfach die ganze zeit falls wir was brauchen dann kill wird in einen der hasen foto habe ich immer noch nicht bekommt das ist wahnsinn wahnsinn da muss ja mit 200 holz haben wir schon mal 200 ich habe die ganze zeit wurde von ausgerastet ist aber du weißt schon dass sie mit der einen achs abgebaut werden müssen mit der eisenachs und nein alle eine eisachs abgebaut und es zählt nicht wie viele man gesammelt hat sondern wie viele wirklich mit der achs abgebaut wurden nur mit einer achse ja und ehrlich gesagt die gleich kommt das mit der hause ist das mit der hasen foto die können vergessen ach komm du bist ja auch nein es ist liegt einfach daran dass die die droppen wir haben noch ein wir haben noch zwei die haben mich genervt und das zwei hasen hallo was sagt man die an hier oben was das schon an mit versuch du redest jetzt wieder versuch seinen hasen einen käfig zu locken dann siehst du mal was ist hier wieder für die anstrengung ist das problem ist halt wegen der schweine ich erwähne uns auch mitkommen die die hasen denn die blockst du ihn dann sprich da wieder weg und die ganze schweine hä da hast du mir gar nicht herkommen zu mir alter ja die sind richtig stur und ich weine kommen alle mit das hat ein kleines problem mit den ganzen schweinen wir haben weiß was mir aufgefallen ist wir haben schon seit einer etwas längeren zeit keine insel mehr geöffnet dann bieten wir brauchen die ganze erfolge jetzt ja das ist es ja wir kommen nicht an der folge was soll er das hier wenn solche kurzen karten machen weil kürt befahren mich in die holz also irgendwas zu treffen wollen oder so ein bisschen holz und dann holz nein wo keinem ist holz zu fahren allein mach ich schon ganz klar über zum festen dem ist es wachsen gerade kein holz wir haben doch knochenmehl oder haben es nicht mehr je nachdem ich glaube wir haben noch knochenmehl und doch es gibt noch einen erfolg den wir theoretisch gesehen machen könnten 1 2 3 4 ich brate mal das hühnchen ab das ist nämlich so eine sache die muss auch muss auch mal gemacht werden die hasen haben wir noch kohle obwohl ich nehme einfach das holz macht ihr auch keinen unterschied um leute und zwar wir müssen hier nämlich die die ganze die hütchen müssen wir alle alle umbringen damit nicht alle geht es ja ich weiß damit wir doch genug haben um sie weiter zu fahren längst mit wahnsinn so ok was haben wir denn so für optionen für fortschritte die wir machen könnten also den akazien zeppeln ich bin mir ziemlich sicher dass ich in der karte zeppeln hatte irgendwo was ist das für ein baum leute ehrlich gesagt ich weiß es nicht mehr genau aber ich irgendwo hatte ich auf jeden fall dann ab akazien zeppeln kling dieses auto jump was dazu gekommen ist das finde ich richtig scheiße hätte ich gesagt jetzt haben wir ja kein was sie sondern noch so ok ok also cook 10 chickens 10 chicken haben wir leider noch nicht und diese rabbit dinge man kann man nicht machen wegen der hier ist noch nicht ausgewachsen das ganze heute was jetzt geht das kann man graf verkraften und macht eine küste deshalb nicht verkraft und die anderen der anderen hause der irrt hier irgendwo rum oder je nachdem er wurde getötet ich kann es mir nicht erklären also hier irgendwo beim bärm 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 überall löschen alles rote leiche okay wir müssen jetzt nämlich direkt 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 zur ding laufen zur zum chicken hier wo hier irgendwo alleine rum chillt das bringe ich jetzt mal um weil jetzt brauche wir hier nicht ehrlich gesagt so hier eingebrannte hasen aber hasen braucht man nicht zwingen neue rezepte verfügbar so wasser Erfolg jetzt oder war das kein Erfolg? Ich weiß es nicht. Rezept ist nicht kein Erfolg. Okay. Baumalter. Okay. Ich habe jetzt ein neues Rezept bekommen. Und jetzt habe ich das. Das. Karotten habe ich auch. Aber das Rezept wird mir ja noch nicht mal angezeigt. Ah. Ah, okay. Hier, so. Nein. Hä? Jetzt, jetzt irgendwie, jetzt spielst du irgendwie komplett. Okay. Hä? Ist das doch hinten der Mond? Hast du einen Timer gestellt? Ja, ich habe einen Timer gestellt. Okay, Leute. Ich werde jetzt mal die Hähnchen von dem Schicksal erlösen. Haben wir sie? Ja, aber ehrlich gesagt überhaupt nicht viele. Ja, ich muss hier mal wieder ein paar Mopsen. Zack. Super, da. Habe ich auch ultra wenig rausgekommen. Ähm, ich glaube diese Farbe ist... Oh, bitte bauen die wieder Eichensatzlinge an, okay? Eichen was? Eichen, Eichensatzlinge. Aber die brauchen wir doch. Manchmal ist es Schicksal, oder? Aber weil die wachsen... Oder manche wachsen immer so komisch. Die wachsen alle so komisch, wenn sie irgendwie vielleicht nah beieinander geplantet sind oder sonstiges. Dann wachsen sie alle etwas, ähm, dirigiert. Deswegen hier rein. Boom, Alter, Leute. Hier, ihr könnt alle miteinander schnachseln. Hier, du mit ihr, du mit ihr. So, wisst ihr, Leute? Jeder mit jedem... Hier gibt's gar keinen... Ich weiß nicht was. Bam, Alter. Es wird nachts. Die Nacht zieht auf, wenn meine Wache beginnt. So, ich kümmere alle Erwachsenen. Jetzt gucken. Ja, chill. So, die Erwachsenen wurden... Die Erwachsenen wurden... Hier ist irgendwie ein Creeper kommt, Digger. Wurden erfolgreich umgebracht. So, siehst du? Alter, hä? Das ging halt jetzt mal ultra schnell. What the fuck? So. Da packe ich mal das jetzt rein. Aber wir haben immer noch um einiges viel zu wenig, ehrlich gesagt, denn Fortschritte. Wir müssen noch diese Rabbit Soße, müssen wir noch machen. Alter, noch weniger als eine Minute. Also, der Timer geht gleich los. Und einen Schneemann. Also, das geht wahrscheinlich bei der nächsten Insel. Wir kriegen wahrscheinlich gleich eine Akazieninsel und eine Schneeinsel. Ja, wir kriegen eine Akazieninsel und eine Schneeinsel. Und wir müssen doch das mit den Chicken, müssen wir noch machen. Und das mit der Rabbit Soße, müssen wir auch noch machen. Das sind alles nicht zwingend wichtige Sachen, aber wir sollten es mal in Erwägung ziehen. Oh! So. Okay, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, das soll es von der Folge gewesen sein. Alter, ich kann die Kiste gerade nicht köpfen. Ein Ping-Problem. Du lächst bei mir gerade voll rum, Digga. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann zeigst du mir deiner Bewertung. Schaut euch die anderen Videos an. Schaut bei echt schuldet es vorbei. Da würde ich etwas sagen. Haut rein. Mach's gut. Und ciao. Das Station. Da war das dann.